Alter Leute Fickt mein Leben, ne? Ich bin gerade nicht mehr so aufgestanden Bin um 19 Uhr ins Bett gegangen Dachte so, komm alter, einfach ein bisschen Powernappen, dies, das, zwei Stunden, kein Problem Eigentlich sollte ich jetzt keine Rankage spielen, ne? So ein neuer Patch ist da Actually müde, irgendwie Ach, schaff's So, warte mal Xerath, ich denke nicht, dass er so schlau ist, wenn ich jetzt schon anfange Xerath zu spielen, also ich brauchte auch hier noch ein bisschen Übung drin Gerade auch, ähm Mit der Ulti, Leute Sollte man sich Zeit lassen zwischen den Schüssen Also sei denn, da ist ein safe Setup da, ne? Dann ist es natürlich was anderes So ein schöner junger Mann, also schön und jung Sind schon mal zwei sehr interessante Worte Dass die im selben Satz verwendet werden Wo es um mich geht Liest sie überhaupt den Text? Ja Ja, total spät, wenn du geschlafen hast, warum bist du dann immer noch so müde? Vielleicht kann ich mir erst aufgestanden bin Kennst du das nicht, so, so, du schießt da auf? Wow, 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 da trollt jemand Da trollt jemand What? Leute, das ist Rise Botlane So, normal pickt jemand Rise AD Carry What fucking ever Yes Yeah Oh Ja, boys TS Inc Yo, was du? Yo Also Leute, passt auf Wir sind jetzt hier bei Silphys Kuschel-Muschel-Stunde, okay? Lol, der ist echt gekommen Yo Yo What the fuck are you doing here? Ey, Silvia's band Okay, match-ups, top to bot Yeah Yes, it's very good, very good No, no, you should go to mid-late Let me go to mid-late Oh, okay At least 3000 IQ move Ah, they're doing stuff here That's not enough damage Oh, Kai's no flash Yeah, I can do shit Can move soon, not yet What the fuck Ah, Crack's now Oh Let's control bot side Let's hard push in the agro base Yeah We can throw Wait, wait, I'm looking for TP I'm looking, I will TP now Careful, cannon TP by the way We win hard, we win hard Yeah Yeah, good job Barker no flash Oh shit Oh, go, go, go Careful, cannon TP, guys I can't follow Cannon has TP lead now Yeah, I go base Yeah, just be careful I can't TP on bot Wait, he's going AD, cannon I don't have to go I can move, I will follow Oh, fuck Yeah, I'm gonna leave lane Yeah, we are kind of low on me Ey, kannst du herkommen? Yeah, yeah Is there no spot? On my way Okay, I'm moving Ah, Tinn's moving the scuttle Nice Sexy Placement ping You should wait for cannon Like, he's in base, he still has TP I will force the TP now Okay, I'll keep this freeze I'll keep this freeze Then you can go to top lane Cannon is river I'm coming there Oh shit I'm actually moving Ah, I'm moving Cassadin has vision on me Cassadin is jumping on me actually I'm moving They're ganking me Holy shit Yeah, I'm dead I will commit Like, when I'm alive, I can TP Guys, I'm coming, I'm coming Can you cover me? Can you cover me? Cannon is dead Nice one Try to get Harry Okay, he has no TP Okay, reset and go bot Zaya Guys, guys, guys I cannot follow Nice one, nice one, nice one He has no flash Yeah I will go top again I have TP Oh, go, go Oh, Q Okay, nice Nice one Yeah, I move in the middle I'm gonna be there in like 5 seconds I can catch you I will try to catch you I go base I go base Okay, I'm not yet Okay Land is still up The jump Sure Coming, 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 coming Nice one Nice one Okay, I'll show you Oh, no flash No flash Oh shit, nice Good job, buddy Nice Nice Okay, we can easily make picks now Holy shit, Sin is super behind He's level 9 Yeah Afterwards, we should start to set up vision for that Can I complete it as well? I'm getting ganked This fucker He has no flash I can always follow with TP I'm not in range Oh no, I can hit Okay Yeah, stop flash Forgetting, it's fine Oh, good, nice Nice Come away Yeah Yeah Like, it's cast Fuck off Very good job Nice one Nice, good job Nice, good job Yeah, we can risk it, I guess I go base now Yeah, I need Actually a bit more Oh, beast Stay mid Is someone top lane? Is someone top lane? Yeah, yeah It could be I will move too They have vision And we need mid wave I will go for mid wave Play slowly Play slowly Nice one Nice one Nice one Okay, she has no here Nice champ My cannon Thank you Thank you I'm fine I buff the cannon Wait, what? I'm surprised Guys, we are superstars now Yeah, I guess we can create a team for sure Yeah, I guess we can create a team for sure Microsound muted So, Leute Tut mir leid, dass das hier ein bisschen Englisch gab Aber irgendwie war das Weiß ich nicht Das war interessant Und das nicht unfair Zu fünften TS zu gammeln? Nö Können doch Wir haben ja hier nicht irgendwelche Vorteile, die die Gegner nicht hatten So, ich wollte eigentlich Phil reinholen, weil er ist auch Deutscher Und Ja So Why not? Dann sind die einfach dazugekommen Wow What? What the fuck? Das ist der Rakan vom letzten Game See you, dieser Wichser, man! Hey, Witsamir Krass Yeah, I think we should leave TS go Come and One guy from the previous game, right? In order to jump in select Yeah, like just come in room one So, we should go Yeah, more was User left your channel User left your channel User left your channel User left your channel Digga, was das für Das ist der Rakan vom letzten Game, ne? Wir haben zwei Optionen Entweder Vertraust du meinen Skill Shots Oh, natürlich vertraue ich dir Oh Okay, whatever Du bist Faker, hä? Okay, Dennis Wie wichtig ist dir deine Elo? Wirklich nicht wichtig, es ist so wichtig Okay, also pass auf Ich habe gestern das erste Mal Xerak gespielt, okay? Alter, geil Das heißt Irgendwie funktionieren diese Oh Hinter uns Hinter uns Hinter uns Hinter uns Leute, er ist der AfK Oder kann ich den killen? Wir sind so ehrenlos Hä? Ist doch nicht unsere schon, dass der AfK gegangen ist, oder? Ja, stimmt Wir sind voll ehrenhaft Hä? Du musst das so sehen Wenn wir ihn nicht gekillt hätten, wäre unser Team sauer Ich bin Teil deines Teams Das sind vier Leute Ja Wenn du ihn nicht gekillt hättest, wäre das gegnerische Team glücklich Aber vier von deinen Mates wären sauer Oh Scheiße, kennst du das? Wenn dein Wenn dein Pimmel juckt, während du lasteten musst Ich bin auf dem Weg, falls Er soll einfach nur hinmoven Also nice Das ist schon so Ich frage mich, aber warum Kevin sich kein Protowelt holt? Ich verstehe auch nicht so Ich mag das Bild zum Beispiel, mag ich einfach gar nicht noch Das Bild, ich sehe das zum ersten Mal He's down, der Erfolge bot Kevin gewinnt oben ziemlich hart Das ist nice Ich gehe Phosphor Ja, ich gehe auch top, oder? Was macht er? Lol Oh nice, TF ist down Der ist tot Ich gehe top, ich bin auf dem Weg Alter nice Let's go Oh, good job Job boys Du kennst doch Finnick, oder? Ey, 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 Kevin Äh, ja Ja, der ist auch in diesem Club Und der ist dafür bekannt Also der Club Wie L9 Oh, Kevin ist am Smurfen Ich glaube man Oh Scheiße Oh, 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 oh Turbo Smurf Oh Okay, er ist Smurf Hä, woher kommt das? Wo greifen die mich an? Er geht straight wieder rein Was? Oh, so gut Nice session Nice, Kevin Turbo Smurf Der, der ist Nice Okay, noch eine wave Oh Digga Was für ein Smurf er nicht ist? Junge Und ich Schreibe in Champs Warte, warte, warte Warte, warte Oh, shit Lass das Kevin ausnutzen Um die Mentalität der Gegner zu Zerstören Sag mal, ist der nicht Polo oder sowas? Alter Erstmal am Elo-Clown, man Ich Ich Carried uns grad auf jeden Fall Minimal Er hat noch einen Kirch Brauchst du Help? Ich kann dir eigentlich gar nicht helfen Ich kann dir eigentlich gar nicht helfen Ich bin actually nur Deko Alter Alter Aber warum Ich kann nur Ich kann nur Ich kann nur Ich denke Ich kann nur 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 Interrupten Nein, nein, Noavier ist zu deep Ich check halt wieder Ich war mal wieder so gut wie gar nicht down, ne? Was? Ich... Mann, das ist überhaupt nicht gut so. So, I don't know, wir nehmen ständig irgendwelche All-In-Fights, was soll ich machen als Xeran? Und dann auch hintereinander gehen die drei jetzt rein und... Es tut mir für Kevin sogar am meisten leid, wenn ich ehrlich sein soll. Ja. Kevin war Turbo-Smurf in diesem Game. Ja, plus eins. Plus eins, ja. So, jetzt kann ich wahrscheinlich auch noch gar nicht mehr poken rechtzeitig. Komm, jump rein. Oh, lol. Ja. Better mid? Ah, doch! Er ist actually getiltet auf mich! So... Salty. From last game. Hat er geschrieben? Ich habe gemischt. Er hat geschrieben. Better mid wins! Er ist... Er ist Salty vom letzten Game! Oh mein Gott, wie kann man so... Na Deshalb possibilities 버hst du wasillarst nämlich. ... ... Alles klar.